Sie war einst das berühmteste Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Titanic, gesunken 1912 auf ihrer Jungfernfahrt nach einer Kollision mit einem Eisberg. Nun will sich der australische Multimillionär Clive Palmer einen Herzenswunsch erfüllen und das Schiff originalgetreu nachbauen. Das heißt, ebenso luxuriös und inklusive der hochmodernen Technik des 21. Jahrhunderts. Selbstverständlich wird es Rettungsboote geben, erste Klasse Rettungsboote, die um die Welt segeln können. Wir werden auch ein Radar haben und Satellitennavigation und es wird eine Klimaanlage geben. Also natürlich werden wir das Design etwas anpassen, aber es wird das gleiche Titanic-Erlebnis wie 1912. Die Titanic 2 werde wie das Original rund 270 Meter lang sein und auf neun Decks 840 Kabinen bieten. Nur unterhalb der Wasserlinie solle das Schiff völlig anders gebaut werden, um eine ähnliche Katastrophe wie vor rund 100 Jahren zu verhindern. Ein Designteam mit Historikern habe in einer chinesischen Werft bereits mit der Arbeit begonnen. Über die Kosten des Projekts wollte Palmer, der als fünftreichster Australier gilt, jedoch nichts sagen. Es geht hier nicht um Geld. Ich habe genug Geld, um das zu bezahlen. Es ist einfach für mich ein sehr wichtiges Projekt, aber nicht unbedingt teurer als das, was ich sonst so gemacht habe. Die Titanic 2, ein umstrittenes Projekt. Respektlos und viel zu kostspielig finden die Angehörigen der Unglücksopfer. Ich kann mir die Geister der Menschen vorstellen, die mit der Titanic untergegangen sind und jetzt verärgert sind. Wirklich, ich verstehe die Mentalität dieses Mannes nicht. Clive Palmer wird sich wegen dieser Bedenken wohl kaum von seinem Projekt abbringen lassen. 2016 soll das Schiff mit rund 2500 Passagieren von Shanghai aus in See stechen. Und dieses Mal werde die Titanic ihre Reise zu Ende bringen, so Palmer. Ich zeige mich, ich zeige mich, ich zeige mich, ich is. Ich zeige mich, ich zeige mich' Vielen Dank.